Willkommen zurück zu Dinosaurier 6. In diesem Part zeige ich euch alle Cutscenes vom Wu-Königreich. Es gibt natürlich nicht für jeden Wu-Offizier einen Musum-Modus, aber für die, die einen Musum-Modus haben, gibt es natürlich auch Cutscenes und die zeige ich euch jetzt. Gut, hier haben wir das Wu-Königreich und Joe Yu ist, glaube ich, der Erste mit einer Filmgalerie. Ja, da genießen wir's mal! Rückendeckung! Let's go! Wir holen das Despa-Dong-Zuo runter! Ihr Vater ist richtig. Du hast keine Gedanken für deine Rückseite. Was ist das? Bitte, nicht mich. Ich habe nur den Lord Sun-Jean für ihn gebeten. Das ist alles. Ich verstehe jetzt, warum er es notwendig ist. Ja, vielleicht aus meinem Vater, ich schaufe hinter den Augen. Er hat auch dir gebeten. Er hat gesagt, dass du nichts und niemand von dir aus deinem Ziel. Okay, also was sie dich nennen? Joe Yu. Ich bin hier, um dir zu helfen, mein Freund. Ach, so haben sie sich näher kennengelernt, die beiden. Sie waren quasi Best Friends. Neuer Glanz. Ach, das kaiserliche Siegel, was sie gefunden haben im Brunnen. Nice. Wait a second! Der Vater war einer von denen, die für die Imperierer Hansen. Sun-Sei. Wenn ein Baum stirbt, Natur wird sie zurück in die Erde. Und nach seiner Mutter, ein junger Schubert wird aus den Schubert werden. Das, auch, ist Natur. Hm. So, wir müssen die Vergangenen der Vergangenheit entfernen. Unter Master Sun-Sei, wir werden eine neue Land geben geben. Jetzt verstehe ich es. Ich denke, dass der Vater sogar glücklich ist. Okay, wir machen es! Es scheint, dass der erste Schritt ist, um diese Imperierer-Sei zu benutzen, um die Soldaten von Yuan-Shu zu holen. Oh, die Imperierer-Sei! Der Vater hat das aus der Stadt. Ja. Our late Lord left behind him ein wirklich wunderbares Leben. Die Sparkle dieser Sei will blind Yuan-Shu's eyes und helpen die Land in unsere Kontrolle. Hm. Joe Yu hat das eigentlich vorgeschlagen. Interessant. Das wusste ich jetzt gar nicht so. Aber cool. Beihilfe zum Sieg. Ich bin. 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 Du bist bestätigt, sich gegen einen anderen zu kämpfen. Wenn das passiert, dann passiert. Und wenn es übernimmt, werde ich gewonnen. Du bist richtig. Du musst keine Angst haben. Es gibt niemanden, der deine Momentum zu schlafen kann. Keine Ahnung. Ich glaube, da hat Zhou Yu ein bisschen zu viel interpretiert. Der erste Schritt... Zhou Yu. Sag mir, was denkst du über Tsao Tsao? Ich bin nicht sicher, warum. Aber es ist etwas über ihn, das ist wunderschön. Ich kann nur meinen Finger auf ihn legen. Ich glaube, ich bin mit dir. Aber... Ich kann nicht identifizieren, dass es etwas ist. Ich fühle mich, dass er keine Lust hat, oder sogar Macht. Egal, dass er der König zu dem König. Tsao Tsao. Was ist seine Sicht von all dem Chaos in unserer Welt? Hm. Also, wir können keinen Fall herausfinden. Nicht, dass es wirklich wichtig ist. Wer weiß, was er denkt, oder was er weiß? Ich will nur gewinnen! Hiya! Hm. Um zu weit zu gehen, sogar in der Gesichter der Unwahrheit. Das ist, wo deine Kraft liegt. Hm. Sonst der Stärke ist mit dem Kopf durch die Wand, alles einfach versuchen zu erobern, oder was. Deswegen der kleine Eroberer. Rückzug! Beobacht. Cao Tsao Triumph mit Guanduin wird bald bald wiederkommen. Er hat nur gutes Gefangeln gelangen, aber er hat außerеноer Krampflikt. Wir müssen jetzt zurück! Was denkst du? Dieses Kampf ist nur eine! Komm schon! Warum sollte wir weggehen? Wir sollten bleiben und kämpfen! Dein Blut ist zu großartig. Es gibt eine Unterschiede zwischen Wettbewerb und Wettbewerb. Ich bedanke mich, Sunse. Du hast eine Tendenzie zu vergessen. Du bist richtig. Es ist zu gefährlich bleiben. Alles klar! Wir haben die Krieg gewonnen! Jetzt gehen wir! Sunse. Wir haben einen Fehler gemacht. Vielleicht sollten wir versuchen, den Sao Tau zu verabschieden. Seine Arten. Wenn sie nicht blühen, dann haben sie eine großartige Kraft. Lord Zhou Yu war nicht falsch, glaube ich. Ich denke, es ist möglich, dass wir gewinnen. Zuge Liang. Wir sagen uns, dein Plan. Für Wu und für Master Liu Bei, eine Sache kann sie ihnen geben. Nur eine Sache. Sie sind alle glücklich? Sie sind alle? Eine Sache? Wir werden es nehmen! Hm. Wenn du diesen Blick auf deinem Gesicht bekommst, ist es schwer zu erinnern, zu verlieren. Dann lasst uns gehen. Lass diesen großen Räumen mit den Wagen unserer Wissen aufbauen. Ja, das war offensichtlich die Vorbereitung für den Schlacht von Chibi. Das war im Anime so geil inszeniert. Zhou Yu und Zhuge Liang sagen sich so, Ja, wir schreiben jetzt einfach unsere Pläne für diese Schlacht mal auf und vergleichen die. Haben sie dann so einen Stift genommen und tatsächlich ein Buchstaben, also chinesisches Zeichen, auf ihrer Hand geschrieben. Und beide hatten das gleiche chinesische Zeichen, nämlich das Zeichen für Feuer. Ja, ein Feuerangriff. Und da haben sie sich beide so die Hände gezeigt und auf beiden Händen stand Feuer. So geil inszeniert. Wohl so ein alter Anime ist dieser Dynasty Warriors Anime. Mega geil. Ein weiterer Herausforderer. Mein Herr! Liu Beis Forces haben attackiert und haben Sao Sao's Position in Rauching Provinz genommen. Was ist das? Zuge Liang. Ist das was du mit dem, was du mit allen ihren Glück hast? Das ist unsere Glück. Liu Beis hat ein Land, von dem wir können wir weiterentwickeln. Bis wir uns in der Westen conquerieren. Wir bleiben in Jing ist das nur was möglich. Ich verstehe was du. Ich glaube, dass du ein wenig Geld verdienst für dieses Plan. Ich werde dir gehen lassen. Natürlich. Mit Sao Sao gone, da gibt es noch jemand anderes. Ja. Da gibt es noch jemanden zu kämpfen, außer wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich werde dir zeigen. Ja. Es gibt nur einen, den ich kämpfen muss. Du, Master Zhuge Liang. Nur du. Du, Master Zhuge Liang. Ich werde dir sagen. Ich werde dir sagen. Ja. Ich werde es nicht verraten. Ich werde es nicht verraten. Ich werde es nicht verraten. Das ist nur Liu Beis. Und noch Liu Beis bleibt. Und ich glaube, dass er nicht sehr schnell wird. Le Liang. Was er steht? Es ist er, der hat die Zahn zu erwähnen, die uns zu retten. Aber dann müssen wir versuchen, die inevitable zu verhindern. Und wenn du jemanden befreitst und wundernst, dann wirst du alle bauwarten. Vielleicht du auch. Du bist eine Person, die ich befreitst und wundernst. Stell dir vor! Es ist wohl... Improper! Es ist Improper? Warum ist das? Sie sehen ihn, sich in die Imperierungen auf der Krone auf der Imperierungen? Entschuldigung, aber es macht mich einfach zu denken. Ein guter Punkt. Vielleicht bist du richtig. Aber trotzdem... Es wäre wirklich schön, wenn der Bruder all die Land regiert. Lass uns das passieren! Wir müssen gewinnen! Sun Tse... Habt ihr über die Zukunft gedacht? Kannst du einen sehen, wo du selbst bleiben möchtest? Im goldenen Käfig! Im goldenen Käfig! Haha! Du kannst das wieder sagen. Ich werde sehr schnell verabschieden, würde ich nicht? Kwan! Ich lasse das Land zu dir! Was? Was meinst du? Da muss man einen Ort zu gehen. Ein Ort, wo etwas interessant ist. Right, Joyyu? Ja. Lass uns gehen, Sun Tse. Zusammen an den Enden der Erde. Das ist ja so. Wir sind bis zum Ende noch Best Friends geblieben. Richtig cool. Familienähre. Mit Luke's Sohn. Die hatten wir im letzten Bad noch mal gespielt. Bei Yiling Yiling auf der Seite. Da war mir richtig harte Schlacht gewesen. Jetzt können wir uns die Luke's Sohn Sequenzen. Da gibt es bestimmt noch eine Yiling Sequenz. Könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Mein Herr! Ich habe den Weg geschlossen, damit wir weiterentwickeln können. Jetzt können wir alle unsere Forsten gegen die Schücheng schützen und sie alle schützen. Oh. Danke, Lu Xun. Das ist wirklich gut. Wir sind alle auf dich. Es ist nichts, Rilu. Ich versuche nur, dass du den Bogen erinnerst. Ah. Der Bogen über deine Familie, richtig? Ich habe nicht vergessen. In Wahrheit, ich glaube, dass du viel gemacht hast, um dein Name der Familie zu retten. Sie sind nur auf deine Glück. Na gut. Es ist Zeit, dass wir den Krieg eine Sprache taughten. All right. Los geht's! Meine Familie wird wiederum. Alles, was es braucht. Ich versuche, ich werde es tun. Mhm. Ein einsamer Fahrt. Right! Es ist fertig! Die Krieg war... Aha. Bruder! Die Krieg werden wir hier. Die Krieg werden wir hier. In der Hauptbahnhof. Jetzt! Die Krieg werden wir hier im Einladen. Das ist das. Das ist das. Wo werden wir anfangen? Also, ich werde die outside guardieren. Du kannst es mir verlassen. Ich werde sicher, dass wir in Kontrolle bleiben. Während du auf Wu konzentriert. Lu Shun. Du musst aufhören. Ich habe ein Traum, das ich werde. Und nichts anderes wird mich von meinem Weg. Er war da im Wald. Und dann wurde eine Falle gelockt im Wald. Und dann wurde von irgendwelchen Leuten da erschossen. Na gut, es war jetzt nichts zu schenken. Aber es gibt halt auch die Theorie, dass der einfach abgeknallt wurde mit irgendwelchen Pfeilen. Ich finde die Yuji-Geschichte einfach viel gealter. Weil es ehemals so schön mystisch ist. Richtig schöne Legende. Viele mögen übrigens das Luxun-Design nicht in deines Royce 6. Was nicht wie ihr es findet. Ich mag es eigentlich. Die ganze Feder und zwar sieht ein bisschen indianisch aus. Indianisch passt jetzt nicht unbedingt zu allen China. Ich mag es trotzdem nicht. Mir gefällt das Design. Ich mag aber auch das alte Design. Aber mich stört das überhaupt nicht. Luxun kehrt zurück. Ich mag es nicht. Liu Bei nicht. Er hat nicht geplant. Er hat nicht geplant. Er hat nicht geplant. Er hat nicht geplant. Guan Yu hat die Jing-Provinz. Er war der Vassel von Cao Cao. Dank ihm und der nicht geplanten Liu Bei, die Situation ist noch nicht mehr in Wurzeln. Und noch. Die Zeit für ruhig zu schauen hat. Wir müssen zurückziehen die Jing-Provinz. Ah, Lu Shun. Du hast zurückgebracht. Und wie geht es mit dir? Es ging gut. Ich habe die Barbarerinnen mit uns geplant. Ich habe die Strategie verändert. Ich habe die Strategie verändert. Hm. Dann, Lu Shun. Kann ich... Ich werde das in deine Wurzeln? Ja. Das ist, in Wahrheit, was ich hier zu fragen. Ich war nicht da bei Chi Bi. Aber in Jing, ich werde meine Absintheit machen. Hm. Dasselbe Ziel. Das ist ja auch. Ja. Ich werde das nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Cao Cao, auch immer mit uns kämpfen. Er würde. Kauan Yu ist eine Begeleinheit. Wie er ist zu uns. Wir sind beide Begelein. Für jetzt sind wir ausgewählten. In order for us to grow, wir müssen wieder zurückziehen, Jing-Provinz. Lu Shun. Was macht dich? Ich wünsche mir, dass Wu die Wur zu sein, als der Leiter der Lande der Wurzeln. Wenn das passiert ist, dann werden meine größten Wurzeln sein. Ich verstehe. Mein Herr, ich werde mit dem Unterstützung. Es ist besser, wenn Lushun damit beschäftigt. Das ist wahr. Lushun, hör auf. Unser Zukunft liegt in deinen starken Händen. Es ist klein und dünn und das Gegenteil quasi von stark. Und dann, nein, Zukunft liegt in deinen starken Händen. Ja, aber es ist zwar ein bisschen falsch, irgendwie. Ich weiß zwar, was er meint, aber... Na, vergesst es. Ein verbündeter Feld. Oh mein Gott, das war ziemlich amüsant gerade. Einen starken Händen. Guckt euch die starken Händen an für Lushun. Sehr gut gemacht, Lushun. Diese Verkäufe bringt uns näher an den Tag, wenn wir triumphieren. Master Lu-Meng! Was ein wunderschön. Dass man... ...ein ein Wettbewerb nach einem Wettbewerb ist gewonnen. Entschuldigung. Wenn ich uns nicht in so eine Kampf wie diese... ... 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